Guck dir mal meine Knarre an. Ja, ja, mit Granaten war von so schon alles. Schon mega dabei. Ja. Ähm, Miss Jonas. Wo hab ich? Hallo. Alter, da hinten. Ich fahre. Was du fahrst? Ja, ich fahre. Ich bin Profi. Nix fahrst du. Oh je. Komm, ich bin Profi. Ey, ganz ruhig. Kann ich nicht hinten rein und schießen oder so? Doch, du kannst genau so mal das machen. Warte mal, da müssen wir hin. Geronimo! Alter! Du sollst mich hier... Was machst du? Abkürzen. Ich bin da reingegangen, weil ich krieg lauter Ashton ins Gesicht. Mach doch nichts. Achtung! Ja, das sind Gegner. Das hast du super gemacht. Kaum fahre ich mit dir, alles kaputt. Du bist hier aber so gefahren. Komm, hier geht der Style machen. Ja, nicht die Zivilisten erschießen. Denk dran, wir haben die Mission beendet. Du wolltest hier doch nur einschüchtern. Ja, in die Luft schießen. Wir ändern. Das ist cool. Wieso kann ich hier nicht die Sicht umändern? Welche Sicht? Ja, ich habe hier eine Eko-Perspektive. Okay. So, bestimmt, äh, bei dem Autobus? Ja, aber das ist ja auch blöd. Irgendwie. Juhu! Nicht auf die Leute schießen. Du fahr'n Warnschuss. Ja, 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 ja. Ah, den kannst du abknallen. Äh, wackelt so. Der fährt einfach weiter. Der ist gut. Ja, wir fangen so falsch. Ey! Ich habe mir gedacht, du willst den Berg runterfahren. Nee, dafür habe ich das falsche Auto. Och, komm, das ist auch ein Geländewagen. Erstmal, wo ich gespielt habe, hatte ich den besten Geländewagen. Oh. Oh, Junge. Pfosten. Ups. Ey, ich bin normalerweise der, der fliegt. Das geht viel schneller, aber... Ja, aber... Wieso dank mir? Keine Ahnung, keine Mission. Ja, schon hatte ich nen Heli. Ups. Ey, ist der schon... Ich habe gedacht, der bleibt auf... Ich habe gedacht, der bleibt aufm... Ey. Komm her. Was machst du? Stehen bleiben. Äh... Ist das nicht... Viel Spaß beim Fahren. Super, danke. Jetzt steigt deine Fahrkünste. Ey, der fährt sich ja wohl noch gut. Das war ein Zivilisten. Das war ein Headshot. Ey, weißt du... So Zivilisten, da treffe ich perfekt, aber bei Gegnern schieße ich immer daneben. Äh, ja. Du hast ja gesagt, Geländewagen. Also... Ja, am Schluss bin ich wieder... Halten sie den Konvoi auf? Äh... Welchen Konvoi? Keine Ahnung, Flamme der Rebellion. Ach die. Keine Sorge. Wie ist die? Na, kommen sie jetzt. So. Ja, der Truck will sich absetzen. Mal sehen. Hups! 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 Nein, ich halte dir. Schnell eine Runde. Noch schnell. Ich hab noch meinen Granatenwerfer. Ja, der ist auch rein. Scheiße! Himmel! Ja, jetzt stehst du vor mir. Ah... Ich glaub, wir sollten fahren. Achso, du hast schon erwischt. Ja, einen. Ja, warte! Warte! Ja, komm! Du hast Granatenwerfer. Oh, es brennt, es brennt, es brennt. Ja, fahr, 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 fahr. Ja, ich fahr schon. Guck mal, wie der schon raucht wegen dir. Wieso wegen mir? Das war eine taktische Blockade. Du bist gefahren. Ja, aber die sind dagegen gefahren. Ja... Wie abkürzen? Oh Gott. Oh... Ob das so viel schneller geht? Ich könnte ja... Weil wir genau in die Stadt fahren. Genau. Wieder! Schrei rausgestiegen? Ja, fahr weiter. Wieso? Ich hab ein anderes Auto. Wieso? Jetzt sind sie da und ich hab nichts zum Ballern. Wow! Oh je. Ich hab schon schwarzer Rauch. Warte, warte, warte. Was ist das? Ja, du bist immer ja nicht auf dem Weg. Doch, warte, pass auf. Mit der besten Kiste überhaupt. Die können wir gut für den Konvoi benutzen. Ja, ich brauch mal langsam deine Hilfe. Ich komm, ich komm. Jetzt sind drunter unterwegs. Nein! Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Geh hinten rein. Ja, ja, ja. Geh hinten rein. Geh hinten rein. Also... Hey, hallo? Du sollst dich im Schneidersitz davon kammeln. Geh an die Knarre. Alter, was ist hier grad los? Oh! Ehhhhh. Warte, was ist hier grad los? Oh! Ehhhhh! Ehhhhh! Gar kein Fadenkreuz! So, müsste eigentlich so ein riesen Ding sein. Ehhhhh! 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 Müssen wir jetzt anhalten. Schieß mal auf den Boden. Ich erinnere mich auf die Reifen. Hattest du schon versucht daneben zu fahren? Wow, was sind das für Reifen? Da. Steigt aus. Okay, jetzt geh hinter den Berg. Ach ne, da ist ja noch einer. Einer ist noch da. Guck, guck. Ist schon wieder noch drin. Geht der? Kann ja kaputt machen, oder? Ne, du musst an das Heck von dem Fahrzeug. Und dann markieren. Okay, ich tu den Popo markieren. Genau. Damit die Rebellen wissen, wo sie das Ding abholen können. Aha. So, kannst direkt die nächste Mission markieren, weil da kommen nämlich direkt Gegner. Wieso steht da mal Gesprächsraum? Ehhhhh, Gegner! Wow, ja, ganz ruhig. Oh. Ja, haut drauf. Was geht? Da wird die angedüstt, komm. Warte, es wackelt dann so mega rum. Er ist getroffen. Ohne Faden. Links, neben uns. Der knallt uns gerade an. Warte, Kerl. Ich hab kein Fadenkreuz. Ist unfair. Nimm die Mitte vom Bildschirm. Soll ich nen Tesa drauf machen? Ja. Mach dir nen schwarzen Punkt drauf. Achso, da. Oh, 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 oh. Achso, ich soll was anderes auswählen. Na, ist ja automatisch gewesen. Hey, der ist auch schon markiert. War automatisch. Automatisch. Ui. Sobald du lila... Wow, wow, wow. Okay, okay. So. Ein Ball rein. Ja, komm mal. Da sind alle. Autsch. Ach, die müssen wir nun jetzt mit dem Sportwagen. Okay. Gut, hier mal an die rauskommen, Alter. Oder das sind halt Kartellfuzzis. Okay, ich mach mal kurz Drohnen-Action. Und ich geh mal aussteigen her. So. Da haben wir einen. Da haben wir zwei Fuzzis. Hey. Ein Fuzzis. Ach, stimmt ja. Kann ich das nicht sagen. Ja, weil die... Sonst denkt man ja, du bist das. Aber die... Ja. Ja. Voll unfair, dass ich jetzt hier keine... Kein Fahnenkreuz hab. Zieh am Boden. Hast du kein was? Oh, Gott, warte. Autsch. Alter, hat der Paar weggeworfen. Ja. Hilf mir mal hoch. Ich sniper grad eben ein bisschen weg. Ja, ich hab noch 35 Sekunden. Du bleibst trotzdem liegen. Wieso? Keine Hälfte. Auch wenn die Zeit abgelaufen ist, bleibst du liegen. Das macht dir da keine Sorgen. 20. Oh Gott. Warte, ich muss erst mal alles nachladen. Ah, du Arsch. So. Siehst du. Geht's doch. Okay, die Pflaster drauf. Kommt einer. Und fertig. Ja, der steht da oben. Guck, guck. Er ist tot. Yeah. Der Profi hier. Guck, guck. Da hinten wieder. Ähm. Äh. Ja, von wegen. Du hast alle markiert. Nö, hab ich ja nicht wegen dir. Thron-Action. Alter Schwede, bin ich rot. Die geben hier gerade voll auf die Fräse. Und wo hängst du wieder? Hier hinten. Ach da. Wart der Kerl hier. Ist das da so ein Schloss? Boah. Daneben. What? Ja. Könntest du mal bitte auf die rechte Seite achten? Ich krieg immer von rechts eins auf die Fräse. Ja, das ist von rechts vorne. Dann schieß auf ihn. Ja. Hey, der kommt auch noch rechts. Oh, super. Autsch. Alter. Wie konnte der mich treffen? Äh, der hat geschossen. Oh, ich tschüss mal wieder. Was? Boah, der ist ja schon wieder tot. Ey, der war unter, der hatte so eine Deckung und trotzdem hat der mich voll getroffen. Müsst du gucken, hinter mir rechts ist da die Holz-Dingsbums da. Ja, ja, ich seh ihn schon. Ich hab, der ist schon, äh, markiert. Markiert. Jetzt kommt der. Ja. Bleibst du mal stehen, Typ. Da. Wo steht da hin? Ja, Junge. Aua, da sind ja noch mehr. Junge. Ja, ich kann grad nicht. Ich muss erst wissen, wo die Gegner sind. So. Ach, da kommt einer angelaufen. Vomliegen macht Spaß. Und da ist auch noch einer. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null, null, null. Ah, ich komm nicht an dich ran, sobald ich zu dir will, ballern die mich ab. Ich könnte aber drücken irgendwie, dass ich zu dir komme und jetzt bin ich 250 Meter weg. Super. Ja, 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 ja. Das, äh, solltest du dann lassen. Hm. Da steht dran, zu PJ gehen. Ja, das ist irgendwie so, das ist wie bei Battlefield. Wenn du sagst, ich will bei Team-Member-A-Spawn in France und drei Kilometer weit weg. Oh, das ist natürlich super. Ja. Besonders, wenn du in der Mission bist. Oh, keine Munition mehr. Oh, Granate. Okay, Katari, machen wir. Boah. Diese Team-Unterstützung, finde ich super. Wieso habe ich das mit dem Fahnenkreuz? Oh, ich habe ein Fahnenkreuz, Alter. Was geht ab? Sterben ist die Lösung. Okay, Moment. Wer ist da alleine, ne? Du hängst schon in der Basis? Ja, irgendwie schon. Aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, nach oben. Kommt volle Musik. Wir müssen das Auto von dem Typen klauen. So. Ich muss erst mal hier Informations holen. Ja, die solltest du holen. Und alles, was grün ist, ähm, ja, ist, ja, sind Informationen für die Rebellen. Da drüben ist, glaube ich, noch Munition. Ja, die brauchen strengend. Kommst zu mir hoch. Bin noch da. Bin direkt mehr mit dir. So, nachtlich habe ich ja auch schon. So, haben wir markiert. Was haben wir hier? Den Orden. Ja, das haben sie hier blöd gemacht mit den, äh, markierten Kisten. Die muss jeder Spieler selber auch nochmal markieren. Also, man kann nicht sagen, oh, ein Teammitglied macht jetzt da die Kiste und alle haben die Punkte. Nein, das darf jeder selber machen. Eben, das fand ich eben auch komisch. Ich habe gedacht, das kann einer im Team machen. Nee, das leider nicht. Oh, die habe ich vergessen. Muss ich da alle machen? Musst du nicht. Das ist einfach nur, äh, Punkte. Das war ein Bonus. Ja. Ja, Lust auf alle habe ich da jetzt auch nicht. Vor allem in der Beta zumindest mal. Ja. Jetzt wird ja eh wieder alles zurückgesetzt. Jetzt wird geh Yinglet.